15,1 gemerkt ist... Miss Plum, ich kann die Zahlen immer noch nicht ablesen. Es ist schon gut, Jason. Es ist sowieso Mittagszeit. So, ihr habt Pause. Jason? Jason, kommst du mal bitte? Ja. Kannst du schon länger nicht von der Tafel ablesen? Wissen Sie... Ich... Das habe ich jetzt vor kurzem gemerkt. Und warum sagst du mir nichts? Weil ich nicht daran gedacht habe. Haben deine Eltern davon bewusst? Nein, Ben. Aber das sollten Sie. Du brauchst nämlich in nächster Zeit eine Brille. Ja, wissen Sie? Natürlich. Erzähle es bitte deiner Mama. Das fertig ist. Sofort bin ich nach Hause gekommen. Na gut. Und jetzt geht's. Los, komm, Orin. Wir können nur spielen. Kann ich nur spielen? Mit dem Main-Team. Wieso nicht? Weil du stinkst. Oh. Ich habe heute die erste Wahl. Ich will orbiten in mein Team. Nein, ich will nicht spielen. Wieso nicht? Ich will nicht, das ist alles. Du hast immer mitgespielt. Jetzt nicht mehr. Ich habe es mir abgelehnt in der Stadt. Ist das dein Ernst? Ich würde mich da nicht wohlfühlen. Aber hier ist es anders. Komm und spiel. Nein, ich will nicht. Spiele sind für Kinder. Was ist los mit ihm? Jeff, er will nicht spielen. Willst du mich in der Team? Nein. Wieso nicht? Du weißt, wieso nicht? Ja, weil ich stink. Los, Kopf. Es wird sich ändern, wenn ich eine Brille trage. Ihr werdet es sehen. Alles kann ich dann besser als die anderen, wenn ich die Brille trage.